Hier sind noch mal zwei von diesen steinernen Ärgernissen. Die scheinen diese Altäre zu beobachten. Und da ist wohl die Kiste drin. Ja, die den Mondstein enthält. Okay. So, dann boxen wir mal auf die ein. Äh, außer die natürlich. Die meisten machen halt keinerlei Schaden. Und das gemeint ist, die Kerle geben auch gerade mal tausend Erfahrungspunkte. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Dein Wiff gewiss. So. Dieser Stein ist in eine Rune geschnitten, die Nacht repräsentiert. Also ich nehme mal an, wenn ich den da reinlege, wird nichts passieren. Okay, dann gehen wir jetzt noch in die letzte Höhle und holen den letzten Edelstein. Und dann packen wir mal alle fünf in die Jahreszeiten. Sie verschwinden. Ich weiß nur nicht, wohin sie verschwinden. Kann auch sein, dass ich hier erst alle fünf da reinpacken muss, dass was passiert. Und wie gesagt, äh, Trail of the Loom Master ist für mich recht leid. Und wie lässt sich auch ja sein würde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ohhhh. ok hier kann man geführt werden wie kann ich helfen ist etwas nicht in Ordnung ja auch wie kann ich hier sofort das hier ist ein mieser Ort ist etwas nicht in Ordnung wie kann ich helfen kann ich helfen wie kann ich gewiss es soll geschehen es soll geschehen wie kann ich gewiss in Ordnung es soll geschehen im Kopf auf 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 die steinerten Ärgernisse sind dazwischen das ist nicht sehr nett wie kann ich es soll geschehen dein Befehl einverstanden es soll geschehen wer fehlt wie kann ich helfen wie kann ich helfen ok wie kann ich in Ordnung wo 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 in Ordnung wo 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 Au. Ah Gott, Sex war weit. Nee. Ist wieder jemand gelebt? Hm, was macht er hier? Was macht er hier? Was macht er hier, Mist? Weiter. Ist das bei ihm, was wir da am besten machen sollen? Es werden einfach alle weggelasert hier irgendwie. Okay, wir haben es rausgeschafft. Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich am besten? Okay, ich glaube, sie haben gerade keine Zauberung mehr. Ich habe mich geirrt. Da hat es jetzt wieder Tarion weggebracht. Ich kann nicht sagen, dass ich das mache, da stehe ich reinzugehen und was zu hauen und schnell wieder zu werfen. Ich bin nicht in Ordnung. Lean. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden. Euer Ende ist nah. Okay. Sofort. Mach dir mal eine neue Steinhaut, würde ich sagen. Ich muss mich bald ausruhen. Lass uns deine Beine rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Wie kann ich helfen? Ah, du bist gerade krank. Äh, Krankheit heilen? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? So, äh, Steinhaut. Vielleicht noch so eine Klinge. Dein Befehl? Ich kann das vorgehen. Vielleicht sollten wir es gerade machen. Es soll geschehen. Ich mach mir mal die Waffe an. Weiter. Okay, das ist nicht so gut. Äh, vor allem, weil das jetzt der Autosave war. Zum Glück haben wir den Quicksave gemacht. In Autosave. Vorwärts! 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 Okay, jetzt sollten wir vielleicht mal das Rasten hier oben. Das Rastangebot hier oben annehmen. Heftig, der Rauch. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschaffen. Lass uns eine Weile rasten. Oh, nicht gut. Wie kann ich in Ordnung? Ich muss mich bald ausruhen. Äh, ja. Und dann kriegst du Mamas Tee. Dein Befehl? Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Und wir rasten. Ja, direkt. Ist etwas nicht in Ordnung? Da gehen wir wieder rein. äh Nö. Au. Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Einverstanden. Nicht. Das ist aber nicht nett. Vorwärts. Äh. Große Heilung. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Da die haste in die Wand wurde. Vielleicht mal ne neue. Neues hiervon. Kein Befehl. Okay. Das ist wieder nicht gut gelaufen. Einverstanden. Oh Gott. Ist der Raum ekelhaft. Sofort. Ist etwas nicht in Ordnung? Hm. Den Große Heim haben wir noch. Wie kann ich helfen? Kein Befehl. Sofort. Da wieder alles gebannt wurde. Kann ich helfen? Ja.